Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Sniper Elite 4. Ähm, ja, wir sind hier stehen geblieben. Unsere Deckung ist noch aufgeflogen. Der da oben sieht uns fast. Könnte ihn erstmal warten. Dort hinten ist unsere letzte Position angeblich. Der Typ da oben weg, ich sehe ihn nicht. Doch er ist da noch, aber er sieht uns gerade nicht. So, Moment, was müssen wir denn machen? Wir müssen das Hauptquartier ausfindig machen, wie es aussieht. Was ist hier? Die Infanterie. Alles klar. Ach, zu dem Scharfschützen müssen wir auch noch hin. Ja, das ist natürlich geil. Aber alles klar, dann machen wir glaube ich erstmal das Hauptquartier. Erstmal machen wir den Bericht, glaube ich, oder? Das macht am meisten Sinn. Und ich habe einen kleinen Tipp bekommen, Leute. Ähm, und zwar was die, äh, was die Pistole angeht, die ich mitnehmen sollte. Moment. Fünf. Okay, wie komme ich da denn jetzt am besten rum? Am besten eigentlich über den Weg, oder? Das heißt, wieder zurück. Ähm, und zwar die, wie heißt die? Velrod? Oder so. Die werde ich dann ab der nächsten Mission, sag ich mal, mitnehmen. Ab dann habe ich die Möglichkeit, nochmal meine Ausrüstung zu wechseln. Sonst müsste ich, glaube ich, die Mission neu starten. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nur nicht genau. Ist da unten wer? Da unten ist wer. Da unten sind zwei Personen, okay. Ich glaube, ich renne hier einfach an den vorbei. Okay. Äh, ja. Dann ab dem nächsten, ab der nächsten Mission wird dann die andere Pistole mitgenommen. Oh, da sind noch zwei. Bei der Karte sehe ich auch nur zwei Personen. Wenn ich jetzt sneaky erstmal nur in den Busch gehe. Okay. Dann muss ich jetzt den anderen noch schnell holen. Dann muss ich noch schnell den anderen holen. Oh, noo. Der war gut. Der war gut. Ja, das jetzt gerade natürlich an, Lucky. Dass ich damit der Sniper schieße, ist natürlich gerade sehr gut. Vor allem sehr schlau. Okay. Ich sehe ja die Person zum Glück. Headshot, Bitch. Doch nicht. Das stirbt doch mal. Danke. Aber da war doch auch noch wer, oder nicht? Da oben ist noch wer. Ja. Da kommt einer. Jetzt aber da hingegangen ist. Ich glaube, das Boot schießt auf mich, oder? Wir müssen einmal weg hier. Hier ist es momentan nicht so sicher. Ich will doch eigentlich nur schnell zu dem Scharf schützen. Da ist einer. Da ist einer. Einmal kurz heilen. Das muss sein, Leute. So, ich glaube, dann snack ich mir noch den da oben. Gehe den hier. Und den da. Und jetzt gehe ich da hoch. Also, das war, äh, sehr unauffällig, glaube ich. Wie komme ich jetzt noch weiter hoch? Ich muss da hoch. Wie komme ich da hoch? Hä, jetzt mal wirklich. Wie komme ich da hoch? Moment. Ja, hierüber nicht. Obwohl, über die Kette auch nicht. Fährt mir eigentlich nur hier an der Seite irgendwie ein. Aber das geht ja auch nicht. Hier drüber? Auch nicht. Hä? Äh? Eigentlich ist ja irgendwie da drüber, oder? Aber ich habe hier ja nichts, um da hochzukommen. Ich kann mich hier aus dem Fenster hängen lassen, ja. Aber was bringt mir das? Ach, doch. Ja, klar. Okay. Ja, so komme ich hier hoch. Das war aber auch, also. So doof kann auch nur ich sein. Äh. Glaube ich auch. Nochmal alles hier mitnehmen, nochmal jede Waffe einmal nachladen. Ach, wir sind momentan nicht mehr gesichtet, wie es aussieht. Ach, komm, als ob mir das so viel Damage gemacht hat. Das kann doch gar nicht sein. So, alles klar. Okay. Einfach sprinten. Kurz mal hier hin. Ja, über die Brücke und dann irgendwie hier über den Wald ins Dorf rein. Würde ich sagen. So. So. Jetzt einfach hier rüber rein da. Einfach hinschleichen. Ich könnte natürlich auch böllern. Aber das will ich gerade eigentlich gar nicht. Da ist niemand. Mit der Karte sehe ich auch momentan niemanden. Das Hauptquartier muss hier irgendwo sein. Safe hier irgendwo, oder? Hier in der Tür? Kann ich nicht öffnen, okay. Hier drin? Okay, da komme ich da raus. Ja, da hinten hätte mich fast gesehen. Jetzt wünschte ich halt gerade, dass ich eine schallgedämpfte Pistol hätte. Da unten muss ich hin. Okay. Okay, dann mache ich das am besten über den Weg hier unten. Alles klar, Leute. Es tut mir leid, weil ich gerade nicht so viel rede, aber ich muss mich ein wenig konzentrieren. dass ich hier gut durchkomme, etc. Warte, jetzt bin ich im gleichen Platz. Komm noch mal ein bisschen näher. Geht er da hoch? Er geht da hoch. Den könnte ich mir jetzt snacken. Ja, jetzt ist es zu spät. Hätte ich vorher wissen sollen. Oh, er kommt hier hin. Er kommt hier hin. Er kommt her? Kommt der her? Ja. Da stand eh für Nahkampfkill. Das ist nichts. Und dann wollte ich den Nahkampf killen und dann hat er keinen Nahkampfkill gemacht. Bisschen gemein, aber okay. Den nährte ich, Leute. Den nährte ich. Oh. Oh ja, der kommt jetzt her. Der kommt jetzt her. Oder? Oder? Nee, der kommt hier hinten rum. Schön. Ja, wenn er sich gleich umdreht. Oh. Oh, hier sind ja direkt welche, Alter. Äh, nein. Fünf. Drück fünf. Also, ob ich keine Verbände mehr hab. Also, ob ich keine Verbände mehr hab. Einfach rennen. Einfach rennen. Einfach rennen. Das ist sicher, wenn ich keine Verbände mehr hab. Puh. Alles klar, Leute. Ich hab's dings gegettet. Oh. Cutscene. Gute Thumbnail-Pose gerade. Rucksackladungen. Die werde ich wohl brauchen. Das ist auch ne gute Thumbnail. Oh, ja, doch. Ich glaub, ich hab schon mal ein Thumbnail für den Part. Laut Sofias Nachricht ist sie zur Burg gegangen. Oh, ist das ne Schrotze? Oh, ja, doch. Doch, nehm ich die Schrotze mit. Schrotze ist immer nice, würd ich sagen. So, das hätten wir. Was ist denn jetzt unser letztes Ziel? Sofias finde ich mal. Friedhof untersuchen. Würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Friedhof. Ich würd sagen, hier raus und einfach durchsprinten. Das dürfte hoffentlich funktionieren. Okay, und los. Und durch und hier hin. Kommt der jetzt her? Kommt der her? Kommt der her? Oh, shit. Aim is on point. Der Aim is on point. Okay, keine Gegner auf der Karte, Leute. Holy. Okay, ja, alle gehen zu meiner letzten Position. Das ist sehr nice. Die Partisanen haben alle Hände vor zu tun. Vielleicht sollte ich ihnen helfen. Hmm. Hmm. Okay. Ja, wir helfen denen mal kurz. Hinten beim Auto? Da ist einer. Okay, da links ist irgendwo einer. Aber der wird da oben sein wahrscheinlich. Irgendwo da oben. Oh, da ist noch einer. Oh. 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 Das tat weh. Da ist einer. Oh. Das muss wir getan haben. Der da unten ist wirklich nur der Schrotze. Komm! Der war nach einem Schrotzen-Tod noch nicht besiegt. Das ist ein Ding. Irgendwo da. Hab ihn. Dann kurz den Typen hier oben snacken. Wer ist der da? Ist der das da unten? Ach, kein Plan. Friedhof untersuchen. Save hier, oder? Schlüssel... Ja. Aber wie komme ich... Ah, okay. Ich habe einen gelben Punkt auf der Karte. Da musste ich jetzt wahrscheinlich hin. Alles klar. Das würde ich sagen, machen wir noch. Okay, nein. Wir mussten da nicht hin. Nee. Hä? Okay. Ich weiß nicht, wo der Boy ist. Snacken wir jetzt den hier oben. Da oben wird mir noch was angezeigt. Okay, egal. Wir gehen erstmal zum anderen Ziel. Zu dem Funkturm würde ich sagen. Aber machen wir das im nächsten Part? Ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Oh Gott. Weil ich da... Ich muss da irgendwie... Wie komme ich da hin? Komm ich hier. Kann ich mich hier hochpacken? Nee, kann ich nicht. Aber hier kommen wir ja safe auch noch nicht durch, ne? Ach doch. Ja. Ja. Spektakuläre Explosion, Alter. Ganz ehrlich. Das war echt schon... Krass. Man muss sich echt jeden hier durchsuchen irgendwie, um den Schlüssel zu finden oder so. Darauf hätte ich ja gar keine Lust. Äh, ich will erstmal den Funke ausfindig machen, ja. Oh. Verdammt. Leute. Das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.